Liebe Clubbetreiber, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Ersatzteile für eure Gerätschaften bestellen könnt. Und als erstes nehme ich mal das Bild weg, weil das im späteren Verlauf im Weg sein wird. Im Menüpunkt Teile bestellen gehe ich auf den dritten Punkt durch die Seriennummer. Er listet mir dann alle Produkte auf, die unter meinem Account installiert sind. Hier sieht man ein Schwinn AC Powerbike und ich sage, dafür brauche ich ein Ersatzteil oder Parts. Bei allen Gerätschaften findet ihr sogenannte Explosionszeichnungen. Und ich gehe jetzt mal in diese rein. Hier habe ich die in groß. Und wir nehmen mal was Einfaches, und zwar diesen Plastikring hier an der Sattelstütze. Ihr seht, wenn ich mit der Maus auf ein Ersatzteil gehe, wird das grün angezeichnet. Ebenso in der Auflistung der einzelnen Bauteile ist das hier die Nummer 66, die ebenfalls grün erscheint. Ich möchte diesen Plastikring für die Sattelstütze bestellen und klicke einmal mit der Maus drauf. Wenn ich jetzt runterscrolle, sehe ich, dass er hier das Produkt auflistet, mir den Preis sagt, die Artikelnummer. Und hier steht noch der Garantiezeitraum, wie lange das Bike noch Garantie hat. Deswegen wird hier auch der normale Verkaufspreis durchgestrichen angezeigt, weil sich das Bike noch in Garantie befindet. Ich sage Add to Cart, jeder der im Internet schon mal was gekauft hat, kennt das ja, zum Warenkorb hinzufügen. Wenn ich jetzt raufscrolle, kann ich entweder über Continue Shopping, Weiter einkaufen, Weitere Ersatzteile auswählen, oder aber ich gehe in meinen Warenkorb. Im nächsten Schritt zeigt er mir hier oben eine Angebotsnummer an, mein Kundenname. Hier ist eine PO-Parts-Order-Nummer. Es macht durchaus Sinn, hier etwas einzutragen, damit ich später in der Historie oder auch in Bezug zu einer Warenrechnung über Termsync dann zuordnen kann, was ich da überhaupt gemacht habe. Ich schreibe hier mal einen Test. Stellung, Stickring, Sattel, Stütze. Stütze muss reichen. Wenn ich für ein Ersatzteil auch einen Techniker-Einsatz benötige, mache ich hier unterhalb der Artikelauflistung in diesem Feld ein Häkchen rein, damit ein Servicetechniker dazu kommt, um diese Teile zu verbauen. Hat das Gerät noch Garantieleistung, sodass ihr für das Ersatzteil nichts bezahlen müsst, so ist in diesem Feld hier notwendig, dass man eine kurze Beschreibung gibt, wieso ich dieses Ersatzteil benötige. Wie man sieht, hatte ich das schon mal in einem Test benutzt. Ich schreibe es wieder rein. Dieser Plastikring ist gebrochen. Hier habe ich die Möglichkeit, noch meine Versandadresse zu editieren. Hier steht, dass hier keine Versandkosten entstehen, weil das ja noch in der Garantie ist. Wenn ich mehrere Ersatzteile bestelle und da gegebenenfalls eine unterschiedliche verfügbar ist, das eine ist schneller verfügbar als das andere, besteht hier noch die Möglichkeit, über dieses Feld und ein Häkchen zu entscheiden, dass erst dann der Versand erfolgt, sobald alle Teile verfügbar sind. Das kann also nicht mehrere Versendungen vorgenommen werden. Hier sehe ich den Rechnungsbetrag. Ich muss an dem Feld hier noch kurz die allgemeinen Geschäftsbeziehungen, das können wir auch aus dem Internet bestätigen. Und dann unterschreibe ich hier elektronisch. Ich kann hier die Unterschrift auch nochmal löschen. Und wenn ich jetzt hier auf I accept this quote klicke, dann wird die Bestellung ausgelöst und ich kriege eine Bestätigungs-E-Mail. Ja, das ist es auch soweit. Einfach und schnell. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Aufmerksamkeit.